Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich fasse mal zusammen, was ich so in den Reden gehört habe, gerade von Herrn Özdemir vor allen Dingen gehört habe. Erstens, die Energiewende kann nur gelingen, wenn man eine Verkehrswende macht. Würden Sie mir erst mal zustimmen. Zweiter Punkt, wir werden die Klimaschutzziele, die wir uns da gesetzt haben, auch nur realisieren können in Verbindung von Ökologie und Ökonomie, also wenn wir einen Business Case sozusagen haben, damit wir keine Deindustrialisierung betreiben. Wir werden diesen großen Dritterpunkt, diesen großen Transformationsprozess, den wir der Gesellschaft ja abverlangen, auch nur mit Akzeptanz hinbekommen, wenn wir dieser Gesellschaft eine Wohlstandsperspektive und damit eine industriepolitische Perspektive vorstellen. So, wenn Sie mir da zustimmen, diese drei Punkte sind der Grundtenor des Klimaschutzplanes der Bundesregierung. Das steht da alles drin. Das heißt, das, was Sie jetzt hier sozusagen als das große Novum verkaufen, ist schon längst formuliert. Jetzt zu einzelnen Punkten in Ihrem Forderungskatalog. Punkt eins. Da steht irgendwas von Treibhausgasneutralität im Jahr 2050, die der Verkehr erreichen muss. Stimme ich Ihnen sofort zu. Absolut richtig. Und dann steht eben dieses eine Datum 2030 abgasfreier Antrieb. Ich will mich gar nicht an dem Datum aufhängen, sondern an der Tatsache abgasfrei. Was ist mit EE-Strom basierten CA4? Da spreche ich nicht mehr von CNG, Natural, sondern von CG, also von wirklich treibhausgasneutral hergestellten CA4. Und wenn ich das in Autos bringe und damit die Autos fahren lasse, sind die im Betrieb nicht abgasfrei. Aber die gesamte Mobilität, die dahinter steht, der gesamte Kreislauf, der ist treibhausgasneutral. Also bitte bedenken Sie, dass Greenpeace hat vor wenigen Tagen hier im Hauptstadtbüro, in der Marienstraße, eine Studie vorgestellt, die jetzt sich nicht mit dem Thema allein befasste, sondern mit dem Speicherthema befasste und hat gesagt, wir müssen vermehrt genau auf diese Gastechnologie Wind-to-Gas setzen, um eben da voranzukommen im ökologischen Bereich. Und wenn Sie aber die abgasfreien Antriebe fordern, dann setzen Sie auf ein All-Electric-Szenario, das ich für falsch hatte. Denken Sie doch mal darüber nach. Ich werde noch ein paar kursorische Punkte durchgehen. Punkt 4, den Sie haben, Besteuerung von Dienstwagen nach CO2-Ausstoß, findet sofort meine persönliche und auch die der SPD-Bundestagsfraktion Zustimmung. Können Sie aber sagen, es ist ganz toll, dass ich das sage. Ich kann mich auch damit anfreunden, so ein Bonus-Manus-System, wie Sie hier vorschlagen, darüber nachzudenken. Ich bin auch durchaus bereit, mit Stefan Kühn haben wir gestern bei Uber darüber diskutiert, den § 2 Absatz 7 Personenbeförderungsgesetz Experimentierklausel etwas auszuweiten, um mehr Möglichkeiten zu schaffen. Da haben wir uns gestern in der Diskussion auch einig. Was ich aber nicht will, ist, dass dann die Ubers dieser Welt sozusagen für die Präkarisierung von Arbeitsverhältnissen sorgen. Das will ich nicht. Und das will die Sozialdemokratie auch nicht. Insofern ist dieses Papier durchaus geprägt von vielen Dingen. Also Wagniskapital steht hier zum Beispiel, ob Sie jetzt unbedingt den Start-ups mit steuerlichem Forschungsbonus irgendwas Gutes tun, wage ich zu bezweifeln. Die zahlen keine Steuern. Ja? Also damit befördern Sie die Großen, wogemerkt, und nicht die kleinen Start-ups. Das ist der eine Punkt. Ja, ein Steuerbonus, ein Abzug von was? Von der Steuerschuld? Die haben die gar nicht. Also vorsichtig, ne? Vorsichtig damit. Die brauchen direkte Zahlungen. Die brauchen das Venture-Capital. So. Wenn das ja gemeint ist, dann schreiben Sie es klarer. Dann können wir das durchaus zur Basis nehmen, um eventuell in irgendwelchen Verhandlungen, die wir mal zukünftig führen, darüber zu reden. Insofern ist das, was hier steht, durchaus vernünftig. Vielen Dank. Danke, Arno Klare. Ja, dann kommt jetzt die Rede. Dann kommt jetzt die Rede. Dann kommt jetzt die Rede von Dirk Fischer. Applaus Applaus Applaus